so moin leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal zu einer neuen folge handwerth welf sieht ich bin die geschichte weiter falls ihr die anfang verpasst habt könnt ihr die gerne noch mal auf meinem kanal nachschauen und ansonsten würde ich sagen let's go so level 16 leute ich habe jetzt eine idee eine geile idee und zwar muss ich den typen muss ich mit dem bohrer kaputt machen und nicht wie angenommen dass ich damit dem mit so einem block deswegen habe ich ja die blöcke ja dass ich mich hier wieder schön schön verwandeln kann so einmal runter so external 17 brücke das ist ja auch immer ein ding alter tja jetzt muss man überlegen also als erstes muss ja das wasser muss ja rüber das heißt ich glaube ich muss ihn gar nicht killen ich muss das irgendwie muss es irgendwie so lösen ich probiere es einfach mal aus sehen ob es falsch oder richtig ist es auf jeden fall falsch weil es nicht falsch so fertig das war ein schnelles level ja manche sind wirklich relativ einfach so level 18 ja ja genau keine ahnung leute ach so ja das ist natürlich ein weg ja und ziemlich einfacher weg habe ich mir schwerer vorgestellt gut level 19 level 19 leute verwandeln ich muss halt überlegen wo muss ich was muss ich genau tun ich muss ja dann irgendwie das heißt wenn ich den jetzt hier runter schmeiße was wahrscheinlich auch richtig ist weil anders geht es ja nicht geht es ja hier weiter dass ich die weg hole dann den dann den ich muss glaube ich immer noch immer noch hacken aber jetzt jetzt ist glaube ich soweit dass ich die hier rüberschieben muss oder weil ansonsten sind die ja weg die kann ich ja dann gar nicht mehr benutzen so jetzt wir verwandeln ich glaube ich hab's erster versuch alter erster versuch und leicht geschafft perfekt so level 20 ich glaube mein erster versuch der war schon gut hier irgendwie aber ich komme da nicht hoch ne ich muss mich ja irgendwie verwandeln können ich kann zwar den zurückschieben aber dann guck mal ich habe eine idee ich habe eine gute idee habe ich gar nicht gesehen und zwar hier einmal den sondern kann ich mich wieder verwandeln so jetzt haben wir es dann den einmal rüber verwandeln kaputt machen wieder verwandeln und dann haben wir das level auch geschafft geschafft so so 21 ruby scientist ah jetzt kommt der zweite jetzt kommt der zweite schon ist ja interessant ähm ja jetzt muss ich wahrscheinlich einfach nur einfach nur bohren einfach nur bohren verwandeln Knopf drücken und mit dem ins ziel das war der zweite scientist der zweite wie heißt die denn wissenschaftler so jetzt kommt die dritte welt jetzt gibt's noch ähm wie viel level gibt's denn noch ich weiß gar nicht wie viel ich eben gemacht hab waren das nur 10 oder 15 ne ist ja wurscht schalt um hier so ja jetzt kommt natürlich wie die leichten level security 2 break in gut da geht das auf fliegen wir mal da hoch ich glaube da muss man irgendwas machen und mit der kiste ich glaube die kiste die könnte eventuell diesen laserstrahl weg halten gucken wir mal ob was da passiert ja genau so security 3 the wall so level 3 level 3 wir sind dabei so das ist mega easy eigentlich ich schieb den jetzt da hin dann den anderen rauf und dann habe ich eigentlich diese dann kann ich da eigentlich bis vorschieben so und dann kann ich da rüber springen und dann bin ich auf ziel so level 4 tja tja den so ich muss mal schnell gucken was hier passiert kann ich denn mit so einem wasserballon kann ich damit auch so ein so ein laserstrahl aufhalten ja das geht auch wahnsinn gut dann haben wir level 4 auch fertig von stage 3 level 4 so level 5 blocking so ich habe jetzt rausgefunden dass es ein alarmknopf ist und ähm ich muss irgendwie ich muss es irgendwie schaffen aber wie schaffe ich das ach ich weiß wie mache ich einzeln mein gott wenn es ist doch so einfach eigentlich der alarmknopf der interessiert mich ja erstmal gar nicht ja der interessiert mich ja erst später und zwar sozusagen jetzt so zack und jetzt bin ich am ziel level 6 security don't get caught so nochmal tja wie soll man das machen alter ohne dass man da ohne dass man erkannt wird ich müsste ja eigentlich theoretisch den müsste ich da raufschieben so und den davor oder ich probiere das jetzt einfach mal aus mein gott wie oft habe ich denn schon level 2 mal gespielt oft wichtig ist halt dass ich die ersten beiden da weg hole ja die ersten beiden hier so dann kann ich wieder zurück und kann den da rüber schieben und kann den letzten da nochmal weg kloppen so dann kann ich den jetzt in der mitte weg machen den so dann wieder verwandeln und dann kann ich den ganz nach hinten schieben und dann kann ich nochmal hoch fliegen als Biene und kann den alarmknopf ausschalten so jetzt habe ich es jetzt habe ich es alter der war ja ganz schön tricky so und schon sind wir am Ziel unserer Träume Level 7 so ok jetzt muss ich was ist denn das für ein Ding sieht aus wie sieht aus wie weiß ich nicht was ist das keine Ahnung das sieht aus wie irgend so ein Glibberding ja ja easy würde ich mal sagen Level 7 Level 8 haben wir so ein Glibberding wir haben hier so ein Glibberding tja kann ich da ganz einfach mich hochziehen ne geht natürlich nicht über die Kante will er nicht das heißt ich brauche diese zwei Dinger da die zwei Kisten die müssen wahrscheinlich auch übereinander stehen das heißt einmal hier hin dann einmal hier hin so dann muss ich trotzdem nochmal hoch ja rüber so verwandeln runterschieben rüberschieben und dann kann ich mit dem anderen kann ich dann da hoch glibbern ich nenne es jetzt einfach mal glibbern weil das sieht aus wie Glibber ja so guck zack um und geschafft so Level 9 wo bin ich? da bin ich so jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen überlegen wie mache ich das jetzt am besten hm also der muss wahrscheinlich ganz in die Ecke erstmal dann muss ich mit dem Ding ganz nach oben kommt der da nicht hoch? ist natürlich doof können wir mal die Seite probieren hier gleiche Sache aber ich könnte es nochmal anders probieren indem ich einfach mal da hochjumpe und dann hier mal die mal weg mache so weil jetzt müsste der Glibbertyp hochkommen die Frage ist nur ja müsste eigentlich funktionieren ich weiß zwar nicht wozu der Schalter da gut ist aber das werde ich gleich wissen ja 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 super super Schalter wahrscheinlich kann ich dann da irgendwie rüberspringen oder was? ja ja perfekt ja perfekt das ging da einwandfrei so Level 10 get creative so nochmal tja 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 es bringt ja nichts hm ich versuche es einfach nochmal ich weiß halt nicht wozu diese Kiste da gut sein soll die macht mich ein bisschen stutzig es könnte sein dass diese Kiste ganz nach vorne muss irgendwie so ja mega weit nach vorne damit der sich da lang hangeln kann der Glibberviech das weiß ich aber nicht das ist nur eine Vermutung so jetzt glibber dich da mal lang jaaaa das hat funktioniert gut so Leute dann würde ich sagen ich beende das Video für heute vielen Dank fürs Zuschauen schaut doch gerne im nächsten Mal wo es dann genau hier weiter geht und ich denke mal das wird dann auch die letzte Folge sein wo wir dann die Story beenden werden falls euch das Video gefallen hat lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein tschau